Was hat er im Petto? Marc Wauks! Ausgleich! 3 zu 3! Und Adertreutle klassisch verladen. Erst die Täuschung rüber auf die Rückhandseite. Irgendwie passt das Ding zwischen Kufe und Pfosten. Ein bisschen Kleinigkeiten. Natürlich wissen die Spieler, was passiert. Sie wissen, wann sie dran sind. Oh, Parks! Haut den mal raus aus dem Handgelenk. Oben links schlägt es ein. Was für ein Schuss von Trevor Parks. Tolle Übersicht! Tolle Übersicht! Was für ein Tor! Dieser Flip-Pass. Und dann zum Zungeschnalzen. Hier. Eins, zwei und hinein. Oh, yeah! That's hockey!